Hard Reset Folge 20 Salatschleuder Hallo und herzlich willkommen bei Hard Reset, der technisch Podcast für Geeks und alle, die es werden wollen, präsentiert von Chris und Pascal, die Jungs, die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Hallo und herzlich willkommen zu Hard Reset, dem Technik-Podcast für Geeks, Nerds und alle Technik-Interessierten. Mein Name ist Pascal Albert und auf der anderen Seite haben wir den einzig, den artigen, den total genervten und fertigen Christopher Kahle. Ja, Chris, tolle Vorstellung und du hättest es fast versaut. Ich hätte es fast versaut? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Anläufe wir jetzt hier gerade für das Intro gebraucht haben. Das ist der Hammer. Ja, komm, der erste Trollversuch war ja echt lame. Tja nun, besser schlecht getrollt als gar nicht. Ja, hast du auch wieder recht. Außerdem, ich frage mich ja immer noch, wer trollt hier eigentlich wen? Eigentlich die meiste Zeit ich dich. Siehst du, also, eigentlich bin ich ja hier das Opfer. Ja, armes Opfer. Ja, Mimi, Mimi. Eine Runde mit Leid für den Chris. Tja, hier sind wir wieder nach einer Woche Pause oder besser gesagt nach einer ausgefallenen Folge hier bei Hard Reset. Und ja, wir haben wieder ein paar Themen zusammengekratzt. Oder erstmal zu der Geschichte oder kurz angedeutet, warum es denn beim letzten Mal ausgefallen ist. Ich hatte im familiären Umfeld ein bisschen Probleme und die Woche ging dann irgendwie so gar nichts mehr wirklich. Außerdem sind meine beiden Frauen hier auch schwer am Kränkeln. Und ja, die müssen dann natürlich aufgepäppelt werden und überhaupt und so. Ihr habt Verständnis dafür. Und ja, deswegen jetzt halt die Folge 20. Mein Gott, schon 20 Folgen. Ja. Mit einer Woche Verzögerung auf die Ohren. Und wir haben wieder ein paar Themen zusammengekratzt und haben auch mit Sicherheit zum Ende wieder ein bisschen improvisiertes Themenmaterial für euch. Wir haben gerade zwei Live-Hörer. Grüße an dieser Stelle wieder an unsere anonymen Zuhörer. Hi. Und Kritik an alle Nicht-Live-Zuhörer. Warum hört ihr nicht live zu? So, außerdem. Ähm, ja gut, die hören später dann. Außerdem habe ich mal wieder bei iTunes reingeguckt. Und ich muss sagen, wir haben eine Rezension, wie es bei iTunes so schön heißt. Das heißt, einer hat ein wenig was geschrieben über uns. Thumbs up für denjenigen. Aber wieso denn nur einer? Leute, gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen, weil. Also, wir wissen, dass ihr da seid und zuhört. Außerdem sehen wir in unseren Podcast-Statistiken, dass durchaus einige iTunes-Hörer dabei sind. Also, macht euch mal die Mühe. Weil, ja, wir brauchen ein bisschen Bestätigung, dass wir das hier nicht umsonst und für fünf Hörer machen. Ich meine, auch fünf Hörer sind toll, aber ich glaube, den Download-Zahlen mehr zu urteilen, haben wir mehr Hörer. Ja, aber ich kenne es selber. Also, sowas wie Ebay oder Amazon-Bewertungen mache ich eigentlich auch ungern. Ja, bei Ebay hast du ja so einen halben Zwang im System. Ja. Bei Amazon kann es dir ja nun schon eigentlich egal sein. Ja, aber die nerven dich auch so zwei, dreimal. Ja, naja, immer mal wieder sporadisch bei Ebay. Naja, egal. Tja, kommen wir einfach mal zu unseren Themen, bevor wir uns jetzt hier noch total verfranzen. Warum? Franzen sind cool. Ja, manche spielen so gerne mit Franzen, dass sie das auch gerne während der Arbeit tun. Und deswegen haben sie Arbeiten auf eine neue Versionsebene, und zwar 2.0 erhoben. Oh ja. Konkret geht es um einen Fall eines Angestellten, scheinbar einen Programmierer in den USA. Und, ähm, tja, der hatte wohl keinen Bock mehr auf Arbeiten. Was hat er gemacht? Er hat sein sechsstelliges Gehalt, ich sag nochmal sechsstelliges Gehalt, Teile davon genommen und hat einen chinesischen Dienstleister beauftragt, hat denen seine RSA-Schlüssel geschickt, ähm, zum Zugang für VPN und hat dann diesen chinesischen Dienstleister seine Arbeit tun lassen. Out! Also, wir ignorieren jetzt mal dieses Telefon, deswegen rede ich jetzt einfach so lange, damit man es eigentlich nicht merkt. Scheiße, ähm, okay, vorbei. Schön, dass das auch mal auf deiner Seite passiert und die Geräusche nicht immer nur auf meiner Seite entstehen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Okay, ja. Ähm, ich verbanne mal kurz das Telefon in die nächstbeste Ecke, wartet mal. Ja, währenddessen erzähl. Ja, sehr geil. Ich verbanne das mal kurz mit Flatsch. Ach, das hält so aus. Ja, ich glaube, dem Handy hast du jetzt einen harten Reset zugefügt. Nein, es leuchtet noch. Ja, wie ist die ganze Sache überhaupt aufgeflogen? Offenbar ist das eine Firma, die im Gegensatz zu vielen anderen Firmen nicht nur Logfiles aufzeichnet, sondern sie gelegentlich auch mal überprüft. Wow! Und ja, bei der Prüfung der VPN-Logfiles ist irgendwie ein bisschen komisch, merkwürdig, negativ aufgefallen, dass da irgendwie Verbindungen aus, wo war es, China, ne? Aus China kommen und das nicht nur einmal, sondern mehrfach und auch über einen längeren Zeitraum. Oh Gott, wir werden gehackt! Ja, deswegen hat sich die IT-Abteilung dieser Firma an Verizon, glaube ich, gewendet. Das ist ein Internet-Provider, also ein Internet-Service-Provider in Amerika. Der auch Schlüsse, glaube ich, vergibt. Hat gesagt, pass mal auf, check mal bitte die VPN-Seite auf deiner Seite, weil ich glaube, wir haben irgendwie Malware und Böse und gehackt worden. Und ja, die haben dann eben gemerkt, dass es nicht nur den Tag so war, sondern dass es schon Wochen, Monate lang so läuft und wirklich mehrere Stunden und halt immer über den gleichen Zugang. Danach hat man sich wohl die Mühe gemacht, eine forensische Analyse bei dem betroffenen faulen Typen zu machen. Das heißt, seine Festplatte wurde geklont und analysiert. Und natürlich hat man dann nach dieser Schadsoftware gesucht, die da wahrscheinlich angeblich hätte für verantwortlich sein können, hat dann aber gemerkt, da ist keine Fremdsoftware am Gange. Und ja, dann hat sich eben rausgestellt, dass der Gute die Arbeit outgesourcet hat. Und stattdessen hat er halt Ebay gegessen, Facebook, YouTube, was man halt so macht, um Zeit totzuschlagen und halt andere arbeiten lassen. Und das Beste an der Sache ist, der Code aus China war scheinbar so gut, dass er immer absolut top Bewertungen für seine Arbeit bekommen hat. Also ich muss mir unbedingt mal die Adresse von dem Dienstleister organisieren. Ja, das könnte bei deinem Arbeitgeber vielleicht sogar klappen. Das fällt bestimmt nicht auf. Ja, wer weiß. Ja, also ich finde es auf mehreren Ebenen, finde ich, die Story Hammer, weil zum einen, boah, muss man dreist sein, um das so durchzuziehen. Ja gut, sagen wir so, sechsstelliger Betrag. Ja, aber wer einen sechsstelligen Betrag verdient im Jahr, kann ja nun auch eigentlich nicht so todunglücklich sein. Oh Mann, ich mache hier. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Flasche runterschmeiße. War das eine Mate-Flasche? Nein, es ist eine Fritz-Cola-Flasche. Die Mate-Flasche steht auf der linken Seite sicher. Okay, kurz, warum ich frage. Und zwar waren wir auf dem 29C3 und in der Location haben sie jetzt Deppichböden. Und normalerweise in den alten Vorträge-Sellen in Berlin hat man immer Mate-Flaschen umkippen gehört. Und so ein Insider-Witz auf dem 29C3 war, ey, scheiße, man kann in den Vorträgen keine Mate-Flaschen mehr umkippen hören. Jetzt habe ich gehofft, das war vielleicht eine Mate-Flasche, weil dann hätte ich, hätten wir den Sound auf dem 30C3 mitgenommen und sozusagen gespendet. Warte, ich mache jetzt nochmal kurz die Kiefermusik an. Ja, wie gesagt, Arbeit 2.0. Wir haben wie immer in den Shownotes das Ganze dann verlinkt. Das könnt ihr euch dann zu Gemüte führen. Ja. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt ein wenig um... WLAN-Kabel. WLAN-Kabel. Finde den Fehler. Keine Ahnung, was du davon hast, was du da hast. Keine Ahnung. Ja, wir reden heute wieder alles hochgradig wertvolles Zeug. Ja, absolut. Genau, Wireless-Hacking. Und zwar hat sich die NSA gedacht, ey, Mann, das ist voll cool. Nee, 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 nee. Wobei, doch, aber indirekt. Also das ist nicht nur die NSA, sondern das ist auch die Intelligence and Information Warfare Directorate, kurz E2WD. Das ist eine Forschungsabteilung der US Army, kurz. Ah, okay. Also haben sie sich beide zusammengesetzt und haben sich wegen Kiffer, bei Live-Kiffermusik, so gedacht, oh, ey, wir können so voll die Wireless-Kabel hacken. Ähm, fangen wir... Oh Mann, das ist ein ganz schön stranger Einstieg heute. Okay, Stichwort ist hier Tempest. Tempest ist der Codename des NSA-Projekts. Das ist nichts Neues, das machen die wohl schon seit 20 Jahren. Äh, eins der Kinder, die da hervorgekommen sind bei dem ganzen Projekt, äh, sind zum Beispiel so Sachen, dass man eben Röhrenmonitore, ähm, aufgrund, also das Bild eines Röhrenmonitors aufgrund der Strahlung, die er abgibt, wieder rekonstruieren konnte. Genau. Ähm, habt ihr vielleicht als Technikinteressierter schon mal das ein oder andere Mal gehört oder gesehen? Ist schon ein bisschen länger her. Oder auch so Geschichten, ihr habt vielleicht eine Funktastatur und eine Funkmaus, auch da gibt es Bestrebungen, diese Geschichten abzuhören. Das ist bei der... Side-Channel-Attacks, das haben wir ja, glaube ich, alles schon auf dem 29C3 ein bisschen gebracht, glaube ich. Ja, bei der Mauseingabe natürlich nicht so super mega interessant, je nach Anwendungszweck durchaus, aber nicht unbedingt. Aber die Tastatur ist dafür umso interessanter, sprich Stichwort Passworteingabe. Oh ja. Und, ähm, ja, die, diese, diese, ja, Kooperationen der, der Army-Abteilung und der NSA, die, ähm, versprechen sich da einiges von, denn sie wollen zum einen Netzwerke, ähm, belauschen können damit, weil ihr habt halt Probleme, wenn ihr... Das können sie ja teilweise schon. Wenn ihr halt, ähm, ach sag halt, geschützte, ähm, Strukturen habt, dann habt ihr halt keinen Internetanschluss, wenn ihr es vernünftig macht, in diesem Netzwerk. Und wenn ihr halt jetzt schnüffeln wollt in dem Netzwerk, müsst ihr irgendwie an die Daten kommen. Und das wäre natürlich, wenn ihr das über die elektromagnetischen Emissionen schafft, ähm, eine extrem coole Sache. Genau. Aber sie gehen noch weiter. Sie wollen das Netzwerk auch manipulieren über diese Emissionen. Das heißt, man hat quasi ein Kabel irgendwo in der Wand verlegt und die wollen da quasi mithören, was teilweise schon geht. Nein, sie wollen auch noch den Datenstrom in dem Kabel live manipulieren und somit das ganze System manipulieren. Ja, das ist natürlich schon eine ganz schön extreme Geschichte. Ähm, mir fallen jetzt gerade nur eine Gegenmaßnahme ein. Ich meine, die meisten Netzwerke bestehen ja in dem Sinne aus Kupferkabeln. Und da hast du natürlich ganz kleine Emissionen. Das kannst du wirklich nur durch LWL sozusagen dann minimieren. Also durch Lichtwellenleiter alias Glasfaser. Ja, also da könntest du behaupten, da könntest du auch wieder Tunneleffekte haben und die, äh, keine Ahnung. Also ich lasse jetzt mal mein Physikwissen in der Schublade. Weil sonst rede ich mich hier um Kopf und Kragen mit Tunneleffekt und Photonen. Also ihr habt halt sonst immer das Problem, wenn ihr in solche Strukturen rein wollt, um irgendwie Daten abzugreifen, müsst ihr halt irgendwie... Physikalischen Zugriff haben. Physikalischen Zugriff haben oder irgendwie jemanden einen manipulierten USB-Stick unterschieben oder so. Und selbst dann müsst ihr die Daten halt auch wieder rauskriegen. Autsch, Chris. Autsch, Chris. Einen USB-Stick unterschieben und dann die Daten wieder rauskriegen. Also Pascal, was du wieder denkst, ja. Pogo-Plug. Ja, es ist ein tolles Gerät und die Kühlrippen haben es echt in sich. Also die arbeiten sowas von... Ja, egal. Also ihr hört schon, wenn die Amis wirklich so eine Technologie haben und angeblich haben sie die auch schon. Es geht eigentlich nur noch bei dieser Kooperation darum, diese Technologie effizienter zu machen. Sprich kleiner und ja, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Es ist angeblich aber schon so weit, dass es nur manngroß ist, beziehungsweise auch schon in Autos eingebaut werden kann, jemand daneben parken kann. Ja, ihr stellt ein Gebäude neben ein... Ihr stellt ein Gebäude neben ein Auto, ne? Ihr stellt ein Gebäude neben ein Auto und hört dann das Auto ab. Ja, natürlich. Nein. Ich bitte dich, ein Gebäude ist doch viel unauffälliger als ein Auto. Solange es nicht in Echtzeit passieren muss, ist das doch kein Problem. Ja, Chris, du fängst mal an, deine Atom-U-Bude neben ein Gebäude zu stellen. Hä? Why not? Das ist echt eine kaputte Folge. Sehr kaputt. Ja, macht doch nichts. Wo wir gerade bei Lichtwellenleiter waren, Chris, das bringt uns eigentlich auch schon gleich auf das nächste Thema, oder? Genau, und zwar Glasfaser, aber langsam. Glasfaser, aber langsam. Das bezieht sich nicht zufällig auf den Glasfaserausbau in unserem schönen Land, das Deutschland heißt? Doch, leider schon, denn man hat sich jetzt mal ein bisschen hingesetzt und Hausaufgaben gemacht und dabei ist mal wieder unten recht unangenehm aufgefallen, dass der Ausbau des Glasfasernetzes oder allgemein beim Thema Glasfaser hängt Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern doch beträchtlich hinterher. Nicht wahr? Das ist aber schrecklich. Ja, wahrscheinlich... Heißt es, die anderen EU-Länder haben alle 50 bis 100 Mbit in jedem Haus und wir dümpeln noch zum Teil mit DSL-Lightroom? Vollkommen richtig. Ich meine, ja, es ist echt ein Problem. Skandal. Skandal. Ja gut. Skandal um Rosi. Ja, ich habe es. Wie widerlich ist das denn? Also wenn jetzt Live-Hörer aussteigen, kann ich es verstehen. Oh, was? Widerlich, widerlich. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, das Problem ist einfach, ihr habt, wenn es hochkommt heute im Großen und Ganzen so 50 Megabit-Anschlüsse. Das ist halt die obere Skala, VDSL. Und am anderen Ende dieser Skala liegt DSL-Light. Dann irgendwie 356 Kilobit die Sekunde oder sowas. Und ja, liebe Hörer, das gibt es immer noch. Ja, das ist echt extrem. Ich meine, selbst wenn man heute ein Bild hochlädt, macht man sich keinen Kopf, dann sind das halt 2 MB. Aber wenn man sich jetzt halt wieder auf solche Übertragungsraten besinnt, dann denkt man sich auch so, boah, wer lädt so einen großen Scheiß hoch und überhaupt keine Rücksicht genommen wird und überhaupt bla. Ah, ja. Ich glaube, da verdrehst du gerade was. Aber, ja, wenn euch das interessiert, guckt einfach mal in den letzten Folgen nach. Ich kriege es gerade auch nicht hundertprozentig auf die Reihe. Bevor ich Bullshit rede, lasse ich es einfach mal so stehen. Schaut es euch einfach mal an. Es gab da, wie gesagt, einen Bericht des Bundesausschusses für Bildung und Forschung. Das war diesen Mittwoch, glaube ich. Und ja, das wurde als PDF veröffentlicht. Guckt einfach mal rein für Details, wenn euch das interessiert. Aber da scheint halt ein bisschen was in Argen zu liegen im Vergleich zu anderen Ländern. Chris, wo wir jetzt gerade schon bei Netzwerk, Internet sind. Ich habe letztens Probleme mit meinem Powerladen gehabt. Und zwar bei mir, sobald irgendwelche Geräte drinstecken, die die Stromleitungen stören, zerreißt es mir immer das Powerladen. Sie verseuchen mir quasi die Stromleitungen. Das war gerade ein versuchter Übergang. Ihr merkt das, oder? Ja, Chris hat es so richtig aus den Häusern, er hat es gerade von Latschen kauen. Oh ja. Wie man so schön bei uns sah. Gut, dass ich es gesessen habe. Ja, wegen dieser absolut genialen Überleitung, die er versaut hat. Habe ich doch gerne getan. Also, Thema ist verseuchter Strom, aber nicht so, wie ihr denkt. Das, was Pascal gemeint hat, ist ein Problem. Aber so wie es jetzt in der News hier passiert, ist es ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es halt darum, dass, ja, wer hätte es gedacht, über USB-Sticks wurden zwei Atomkraftwerke mit Schadsoftware infiziert und, ja, mal so eben. Ja, und zwar in den USA. Und das ist teilweise deshalb ausgefallen, weil sie unregelmäßig immer wieder abgeschalten wurden. Wurden sie das? Ja, das müssten die gewesen sein, die die letzte Zeit öfters mal abgeschalten wurden. Also, ich weiß nur, soweit ich die News noch im Kopf habe, dass da wohl ein Atomkraftwerk wieder ins Netz gehen sollte. Dann ist ein Techniker gekommen, um Software-Updates zu installieren. Und der besagte USB-Stick war dann wohl eben verseucht. Und das wurde dann zum Glück rausgefunden und man hat es noch entdeckt. Aber diese Verseuchung hat den Anlauf des Atomkraftwerks um drei Wochen nach hinten verschoben. Das ist dann schon ganz schön Hammer. Und allgemein, auch bei dem anderen Atomkraftwerk, als man gemerkt hat, da stimmt was nicht, wurde das ICS-CERT, also das steht für Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team. Die Amis haben geile Abkürzungen, oder? Ja, es ist genau wie das CERT auf dem C3. Ja, nur dass dieses ICS-CERT halt Ami und eine staatliche Institution ist. Das gehört übrigens, oder dieses CERT gehört zum US-Heimatschutzministerium. Ah, cool. Das Heimatschutzministerium, was eigentlich für, naja, lassen wir das einfach. Also, das sind die, dass wenn ihr Mord und Totschlag ruft und während des Spiels, boah, hab ich den geil abgeschossen, in die Tür reinkommen und euch wegschleppen. In Amerika. Genau, und die wollten ja auch, glaube ich, in der Vergangenheit irgendwie Busse abhören und so, verwanzen. Ja, ja, genau. Da gab es geile Geschichten. Naja, auf jeden Fall finde ich das schon ganz schön krass. In dieser News wird auch erwähnt, dass diese kritischen Infrastruktursteuerungen, zu denen ja nun mal Atomkraftwerke definitiv gehören, eben noch auf XP und Windows 2000 laufen. Das haben wir auch schon mal, haben wir ja auch schon mal thematisiert, warum das denn wahrscheinlich so ist. Da geht es auch um Sachen wie Zertifizierung und um so Sachen wie, wenn das Atomkraftwerk halt 20, 30 Jahre alt ist, dann könnt ihr nicht erwarten, dass, also in der IT sagt man never change a running system. Und das stimmt wirklich. Oder man muss eben mit der Gefahr leben, bei solchen Infrastrukturen, dass eben doch so ein Scheiß passiert. Ja, habe ich auch gerade eine lustige Geschichte parat. Ich ziehe gerade auf der Arbeit einen neuen Rechner für mich hoch. Schöne Maschine, i5, Quad-Core, 8 GB RAM. Also richtig schönes Maschinchen. Und ich habe, wir haben gewisse Vorgaben, welche Software wir installieren sollen. Und da ist ein Windows 7, 64-Bit drauf und ich will gerade so eine Software installieren. Ja, klickt sie an, meint, das ist keine 32 oder 34-Bit-Anwendung. Was, 34-Bit? Also 32 oder 64-Bit, sorry. Und ich denke mir so, ha? Das ging unter XP aber noch. Das heißt, ich musste jetzt wegen einer Software, von der wir keine neuere Version haben, will im Windows XP-Mode installieren. Oh mein Gott. Scheiße. Soviel zu Never Change a Running System. Hört sich böse an, hört sich wirklich böse an. Oh ja. Irgendwie war allgemein die Woche eh bei uns der Wurm im Netzwerk. Also bei uns ist ein Switch gestorben. Und das war, glaube ich, ja, das war schon am Wochenende. Und der zweite Switch, der hat auch schon Zicken gemacht und hat sich plötzlich resetet. Oh nö, oder? Irgendwie haben sich auch von unserem virtuellen Server die Netzwerke hatten, die Macs geendet. Okay. Also keine Ahnung. Ja, das heißt, euer Admin war gut beschäftigt. Oh ja. Und nicht nur er, sondern auch ich. Tja, du bist ja auch schon der Aushilfs-Admin. Ja, sag mal so. Wir müssen dieses Netzwerk irgendwie am Laufen halten, weil sonst kann unsere Firma nicht arbeiten. Und wenn unsere Firma nicht arbeitet, gibt es kein Geld. Ja, das erhöht die Motivation natürlich ungemein. Aber so ist das immer mit Infrastrukturen. Sie müssen halt lauf händen. Egal, egal wie alt oder neu sie sind. Genau. Und manchmal kann man aus alt auch neu machen, nicht wahr? Ja. Und zwar geht es im nächsten Thema um Rapid Prototyping. Haben wir ja schon öfters angesprochen. Ein, zwei Mal. Das hat, ja, keine Ahnung, vielleicht auch so einen halben Detailbericht darüber. Wobei ich mir jetzt gedacht habe, dass ich mir vielleicht endlich auch mal einen kaufen sollte. Oder selbst bauen, mal schauen. Irgendwann nächstes Jahr. Ja, weißt du, das ist so ein Thema, der mich wieder geil macht, wieder mal zu versuchen, in Höxter vielleicht einen Hackspace oder sowas oder einen Airfahrt zu gründen. Weil ich finde, wenn du halt monatlich irgendwie so 10, 20, 30 Euro für Miete und Equipment auf den Tisch legst und genug Leute da sind. Für mich alleine weiß ich schon, dass das Ding die meiste Zeit nicht benutzt wird und in einer dummen Ecke steht. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber in so einem Kreis von Gleichgesinnten macht sowas halt in meinen Augen ein bisschen mehr Sinn. Ja, vielleicht pumpe ich auch einfach auch meinen Arbeitskollegen an. Die haben in Hackspace von Bamberg, haben sie ja so ein Teil. Aber ich bin irgendwie noch nicht auf den Trichter gekommen, mich da überhaupt anzumelden und so. Ja, muss dann ja auch wieder jeder für sich entscheiden. Das ist genau wie mit der Mitgliedschaft vom CCC. Aber back to topic. Genau, back to topic. Also jeder 3D-Drucker braucht gewisse Maße Tinte, was eigentlich ein Plastikfilament ist. Also ein dünnes Plastikschläuchchen, beziehungsweise nicht Schlauch, sondern eigentlich ist es ein fester Kern aus Plastik, lang und auf einer Rolle. Und der ist eigentlich relativ teuer, also hat sie ein findiger Bastler gedacht. Ich kann halt echt auch nicht mehr reden, aber teilweise noch besser als du. Du meinst? Ich musste mich schon zurückhalten, deine Fehler nicht zu korrigieren. Du meinst, du kannst besser schlecht reden als ich. Ja, genau. Der war gut. Auf jeden Fall, ein findiger Bastler hat sich gedacht, hm, ich habe so viele Plastikdinge hier rumstehen, kaputte Experimente mit meinem Rapid Prototyping-Drucker. Das muss man doch irgendwie verwerten können. Also da hat er sich im Kleinen einen Maker-Bot im Endeffekt gebaut, der diese Plastikteile schreddert und quasi ein neues Plastikfilament draus extrudiert und verwertet so quasi sein Plastik wieder. Das Ganze war ein Kickstarter-Projekt und die haben es jetzt eigentlich zusammengekriegt und jetzt sind sie gerade dabei, die ersten Prototypen richtig zusammenzubauen. Und da gab es auch Videos dazu. Der erste Prototyp war wirklich so ein, es sah fast aus wie so ein Hackfleisch-Häcksler. Also im Prinzip war das ja eigentlich nur eine Art Trichter. Es sah für mich nach Edelstahl aus. Ja, ja, wie so ein Hackfleisch-Häcksler. Kennst du den? Ja, nur. Die, wo so Dinge pressen, so Würste. Ja, stimmt. Und dann hattest du halt wahrscheinlich unten... Und dann war eine Kurve und eine Schnecke drin, eine Düse und unter der Düse stand eine Kerze, eher so eine Gelbrennlinge. Ja, ja, so Gelzeug, ja. Ja, so ein Gelbrenner. Und da haben sie die Kurve gedreht und dann kam das Filament raus. Ja, war schon extrem eindrucksvoll, wo man sich, oder was man sich immer als unheimlich kompliziert vorstellt vom Vorgang her. Ja. Ich meine, gut, der Strang, der da rauskam, war nicht wirklich sauber. Das hängt aber auch mit der Drehgeschwindigkeit und mit der Zuführung an. Und ich denke mal, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Unterdruck zuführt, kriegt man das auch noch gleichmäßiger. Und wie gesagt, Sie haben das jetzt automatisiert, richtig? Also man häckselt es nur noch und es wird automatisch extrudiert und aufgespult? Du musst es noch nicht mal mehr häckseln. Diese Maschine hat wohl auch einen Häcksler drin. Ja, ja, aber du musst es natürlich ein bisschen kleiner machen. Die häckselt auch selber. Das ist wohl wahr, ja. Also ihr könnt dann halt wohl Thermoplaste zwischen 1,75 und 3 Millimetern euch ausspucken lassen von dieser Kasten. Ne, 1,75 oder 3 Millimeter, nicht dazwischen. Bis jetzt, bis wieder irgendeiner dran rumbastelt. Ja, genau. Ihr könnt die verschiedensten Materialien verarbeiten, zum Beispiel Polyethylen, Acetylbutanin, Styrolol, ABS und Nylon. Nylon. Also wirklich querbeet sozusagen. Also wer sich jetzt mit den ganzen tollen Plastiksorten nichts anfangen kann, wenn ihr Cola-Flaschen daheim rumliegen habt und zu faul seid, sie abzugeben, werft sie da rein. Ja, das Ganze kommt halt daher, dass diese Kunststoffe, diese Fäden, die ihr euch kaufen und können, teilweise doch recht teuer sind. Eigentlich sind es mehr oder weniger Abfallprodukte, aber sie verkaufen sie teuer, weil sie wissen, dass die Idioten sie kaufen. Ja, bei uns funktioniert die Idee mit der PET-Flasche nicht so ganz, weil ihr bei uns halt das Pfandsystem dahinter stecken habt. Ja, sag mal so, was kriegst du für so eine Pfandflasche? 50 Cent? Ne, noch nicht mal. 15 oder so. Ehrlich, wenn du da viel 3D druckst, ist es, glaube ich, günstiger, wenn du die PET-Flaschen selber wiederverwertest. Die Frage ist, wie viel Material kriegst du denn, oder wie viel druckbares Material kriegst du aus einer durchschnittlichen 1 Liter PET-Flasche raus? Das wäre mal interessant, ja. Also ist einer von euch Rapid Prototyping technisch unterwegs? Habt ihr da vielleicht schon eine Erfahrung gemacht oder selbst schon mal was zusammengeschmolzen? Dann ab in die Kommentare zu Folge 20. Noch kurz was zum Kickstarter-Projekt. Die Jungs hatten dieses Kickstarter-Projekt über 10.000 Dollar laufen. Die haben das dreifache bekommen. Insgesamt 32.330 Dollar. Insgesamt waren 156 Leute damit zu Gange, das zu spenden, sozusagen. Naja, eigentlich ist es hier keine Spende, sondern sich daran zu beteiligen. Genau, und es nennt sich Backers. Bakers. Und der Typ, der sich das hat einweilen und umsetzen lassen, heißt Tyler McNaney. Und ja, haben wir wie immer sogar mit drei Links in den Shownotes stehen. Guckt euch auch mal das Video an. Es ist sehenswert, finde ich. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Weil das ist wieder so eine Hightech-versus-Low-Tech-Geschichte. Man stellt sich dieses, stell einen Kunststofffaden her, stellt man sich irgendwie komplizierter vor. Und wenn man dann diese, in Anführungszeichen, billige Konstruktion sieht, da wird man mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, dass die auch nur mit Wasser kochen. Das sieht immer noch, das sieht aus wie so eine Häckselmaschine für Würste oder für was man die auch verwendet. Oder für so, sagst du mir, Spaghetti. Da benutzt man doch auch so eine Maschine, wo man dreht und dann kommen die Nudeln raus, oder? Ja, ist im Prinzip eigentlich auch noch ein Fleischwolf mit, je nachdem hast du teilweise noch Aufsätze, damit da eben die entsprechenden Formen rausgepresst werden. Siehst du, es ist im Endeffekt ein Fleischwolf. Ja, ist so. So, ja, apropos Fleischwolf, Spione werden ja auch manchmal durch den Fleischwolf gedreht. Ja, genauso wie deine Atom-U-Boote, die vor Gebäuden stehen. Genau, und da gab es mal ein Atom-U-Boot, dem ein ganzer Film gewidmet wurde und der hieß Roter Oktober, nicht wahr? Richtig. Gott, ey, das flutscht ja. Ja, wir sind schon so abgebrüht, dass wir das on the fly machen. Großes Zäpfchen. Also, nur zum Kommentar, wir haben eigentlich kein Script oder irgendwas, das ist alles improvisiert hier. Live, in Farbe und Bunt. Also, ab und zu, wenn du Serien anschaust, wo es einigermaßen frei rüberkommt und du findest heraus, dass die eigentlich gescriptet sind. Uh. Ja, wir gehören definitiv nicht dazu. Nee. Wäre ja langweilig. Stell dir vor, du müsstest ständig ein Script ablesen. Ich bin total motiviert, diese Sendung zu machen. Oh ja, das wäre schrecklich. Aber, ähm, back zu Roter Oktober. Konkret geht es um Operation Roter Oktober. Ähm, eigentlich ist es eine Art, konkret vereinfacht, billig ausgedrückt, ohne Medienhype, ein Trojaner, der optimiert war oder hochoptimiert ist angeblich. Ähm, ein Botnetz. Ein Botnetz. Ein Botnetz, speziell Regierungsstellen, waren der, waren das Ziel dieser ganzen Aktion. Offenbar ist Roter Oktober oder die Bots von Roter Oktober immer noch aktiv. Seit 2007? Man vergleicht es ganz gerne mit Flame. Flame war damals auch ganz groß in den Medien und total toll und boah, was für ein Trojaner. Und das ist ja, ja, es ist ein 20 MB-Trojaner gewesen oder so, hatte irgendwie einen Interpreter für, für Lua-Skripts drin und, äh, so Dinge, wo man sich sagt, oh mein Gott, wer jetzt hochoptimiert sagt und Lua und Interpret und, und Tralala, der gehört eigentlich erschossen. Das, äh, mag ja toll sein, aber irgendwie zusammengeschustert. Ähm, das Interessante an Roter Oktober war aber, dass sie, dass er, ähm, Trojaner wirklich gezielt zugeschnitten wurde für sein Ziel. Also es war nicht so ein Wald- und Wiesentrojaner, sondern, ähm, die Ansteckung, also wie das Ziel quasi infiziert wurde, war gezielt. Die Infiltration. Genau. Sie haben wirklich geschaut, wem schicke ich den Trojaner, was für Interessen hat er, mit was kann ich ihn am einfachsten ködern. Und haben dann dementsprechend eine zugeschnittene Mail geschickt. Also man kann hier nicht mehr vom, vom normalen, also es ist zwar Fishing, aber man spricht hier, äh, in der Szene. Das war richtig gezielt. Man spricht hier in der Szene von Sparefishing, also von, ähm, äh, wie heißt er auf Deutsch? Selektiven Fischen. Sperrfischen. Gibt es ja Sperrfischen. Ah, ja, ja. Gezielt, gezielt dir den Fisch raussuchst und ihm dann halt auch, ähm, den Köder unter die Nase hältst. Obwohl du weißt, da, da muss er quasi anbeißen. Er hat rein Ram gesagt, das irritiert mich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, es ging ja noch weiter. Der, äh, Bot, beziehungsweise der, ja, der Virus ist dann eine Zeit lang brach gelegen. Und irgendwann wurden dann gezielt Module nachgeladen für das Ziel zugeschnitten. Also schon. Also ziemlich viel Aufwand. Ja, und dafür brauchst du natürlich zum einen Personal. Das Personal muss wissen, was es da tut. Und du musst natürlich eben auch erstmal die Informationen über dein Ziel sammeln, um ihnen dann nachträglich eine verbesserte oder maßgeschneiderte Version unterzuschieben. Richtig. Diese Rote Oktober-Geschichte scheint schon seit Mai 2007 zu laufen. Zumindest, ähm, hat Kaspersky Lab, das ist halt Kaspersky, der Antivirus-Hersteller, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder gesehen. Nein. Die sind da wohl schon seit längerem hinterher zu ermitteln, was das überhaupt, ähm, da genau konkret ist. Und, ja, jetzt hat man natürlich geguckt, woher kamen diese Angriffe denn überhaupt? Und, ähm, fangen wir erstmal da an, wen hat es überhaupt betroffen? Wer waren die Opfer? Und die meisten Opfer waren wohl in Osteuropa, Russland und Zentralasien zu finden. Aber auch Europa und Nordamerika waren mit dabei. Also schon recht weit, breit gefächert. Was oder woher die CC-Server, also die Command and Control, dafür steht C&C, ähm, wo die wirklich stehen, das ist jetzt ein Problem. Denn, äh, diese CNC-Server sind wohl offenbar recht verhältnismäßig gut getarnt. Und zwar indem sie halt so eine Art Proxy-Kette bilden und die, ähm, die C&C-Befehle eigentlich nur durchtunneln. Und dann wird es natürlich schwieriger zu sagen, okay, das hier ist der, der Verursacher. Was wohl auch etwas außerhalb der normalen Regeln ist, dass es über 20 Domains gibt, auf denen dieses Command and Control aufsetzt. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel www.wasauchimmer.de, das hier ist Schadsoftware, ähm, benutzt und diese Domain halt irgendwie schafft, ähm, zu ownen und auf irgendwo anders hin zielen zu lassen, dann wäre das CNC-Netzwerk halt tot. Aber die benutzen halt 20 Domains. Und wenn ihr das auch noch bei verschiedenen Registraren macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch da jemand den Hahn abdreht, recht gering. Aber das ist nicht das Einzige, was die gemacht haben. Äh, denn selbst in dem Fall, dass jemand einen CNC-Server übernimmt oder alle und abschaltet, sind diese Bots drauf ausgelegt, auch, ähm, sich gegenseitig, äh, Kommandos zu schicken. Das heißt, selber als Relay fungieren und auch sich gegenseitig, ähm, Server-Updates schicken können. Ja, es gibt sogar einen Plugin, ähm, für diese Installation, die es erlaubt, ähm, einen Schläfer wieder zu reaktivieren. Das heißt, auch wenn ihr jetzt sozusagen keine Verbindung mehr habt, dazu wird dann eben, ähm, ähm, äh, wie war es denn, eine Office-Datei per E-Mail wieder verschickt, ne? Und wenn das Opfer diese Office-Datei öffnet, dann ist das sozusagen das Go für den Schläfer und dann geht die Geschichte wieder weiter. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant der Virus. Die, das ganze Verhalten, vor allem, was er gesucht hat, das waren vor allem PDF, Doc-Dateien, Excel-Dateien und, äh, Dateien mit der Endung .acid. Nein, das sind keine Drogen. Nicht? Und zwar, nein, Acid scheint ein, ähm, Kryptofilter zu sein, der in den gewissen EU-Richtlinien entspricht. Das heißt, auch von Botschaften und so verwendet wird er in der EU. Also, spricht es schon Bände, auf was da abgezielt wurde. Okay. Und Christ macht tippity-tipp-tipp-tipp? Ja, um dir geheime Botschaften zu schicken, die aber nicht bei dir ankommen, sondern bei mir, weil ich den falschen Empfänger gewählt habe. Nein, nein, ich hab's auch bekommen. Ah ja, gut, dann passt das, ja. Gut, ähm, ähm, warum hast du eigentlich Filter gesagt? Das ist eigentlich eine Software. Weil da stand Acid-Kryptofilter. Ja, so heißt die Software. Aber eigentlich würde es nur eine Verschlüsselungsanwendung sein. Ah, okay. Ich werde da mal nachgoogeln später, weil das interessiert mich auch mal, was denn bitte schön ein Acid-Kryptofilter ist, was wieder alle für super sicher halten und wahrscheinlich totaler Scheiß ist. Wahrscheinlich eine XO-Verschlüsselung. So, hey, wer hat das XO über die XML geschickt, so? Ja, genau. Ja, aber wie auch immer dem sei, ähm, ja, wir haben's verlinkt, ähm, schaut's euch mal an. Das ist wieder so, naja, kann man ein bisschen den Kopf drüber schütteln. Ich frage mich halt wieder mal, ist das Tool wirklich so toll und so super oder wird das wieder alles nur super aufgebauscht? Und das ist jetzt wieder so viel Snake Oil. Weil bei Flame fand ich jetzt nicht so berauschend. Weil hochoptimiert und 20 MB, das sind zwei Dinge, die in die verschiedenen Richtungen gehen. Wenn er die 20 MB genutzt hat für tausende Funktionen, dann ist er hochoptimiert. Wenn nicht, dann, äh, ja. Wenn du so viele Optionen brauchst für einen Angriff, dann bist du, naja. Ja, wie gesagt, wir drehen ja eh am Rad hier, also. Genau, deswegen drehen wir jetzt auch mal wieder auf oder durch oder ab? Nee, eher durchdrehen und zwar tun das gerade unsere geliebte Fernsehsender, ähm, beziehungsweise speziell RTL. Weil RTL hat gemeint, nur, ich hab keinen Bock mehr auf DVB-T, was, äh, terrestrisches Fernsehen ist. Das heißt, äh, äh, ja, im Endeffekt, ähm, der ganz normale Rundfunkempfang. Und das, was man früher halt über die ganzen Antennen auf dem Dach empfangen hat. Genau, das gibt's ja auch jetzt in digitaler Form. Genau. Und aufgebohrt über HD und RTL hat gemeint, nö, ist uns zu teuer, ist uns zu blöd, wir senden das nimmer, außer ihr verschlüsselt es uns. Ja, und da, da ja jetzt auch, ähm, erst ein Gerichtsurteil, was Grundverschlüsselung anging über, über das, äh, was war das denn, ähm, war das nicht sogar die, ähm, ach, sag halt die BGB, die Bundesgesetz-Dingsbums da? Ja, das war, ähm, ja, das war, weil, ich glaub, die, ähm, die SD-Sender von RTL und Co., irgendwas, ja, wollten sie nicht, ähm, einspeisen in Kabel-Deutschland irgendwas, Wörter? Äh, ja, also dieses ganze, äh, Grundverschlüsselungsthema finde ich sowieso verarsche, besonders, man hat sich erst, äh, HD-Geräte gekauft und soll dann eben auch, ähm, ja, soll dann sogar für SD-Sachen noch, ähm, äh, in die Tasche greifen, wo man doch sowieso Kabelgebühren bezahlt oder ähnliches. Ja, vor allem, du zahlst Kabelgebühren, du zahlst GEMA, äh, ne, GEMA zahlst nicht, ähm, du zahlst, GZ, ja, das ist alles dasselbe. Alles Gangster. Ja, richtig. Ähm, und dann muss ich auch noch Werbung ertragen und dann soll ich noch mal in die Tasche greifen? Ah, ah. Tja, so hätten sie es aber gerne. Also, ich geb's zu, ich schau eigentlich kein Fun. Ich auch nur höchst selten, meine Tochter mehr. Wie gesagt, ich hab zwar einen schönen, großen 52 Zoll, etwas älteren Fernseher mit Full HD, aber da laufen eigentlich nur DVDs und Blu-Rays drauf. Vielleicht, wenn mal meine Freundin da ist und sie will irgendeine Sendung anschauen, läuft der Receiver vielleicht mal, aber ansonsten. Receiver, das heißt, du guckst über Schüssel. Schüssel, genau. Also Satelliten. Ich hab ne Satelliten, ich hab ne Satelliten. Scheiße. Du überholst mich noch, du überholst mich noch. Ich hab ne Salatschlüssel auf dem Dach, verstanden. Schleuderst du deinen Salat auch? Oh ja. Da hab ich so ne coole Salatschleuder aus dem, ähm, was war's? Wie heißt's, verdammt, ähm, das war mal Meisterkauf. Ähm, fuck. Salatschleuder. Wir haben so ne coole Plastik-Salatschleuder aus dem Real. Da hast du so ein drehbares Sieb und da tust du einen Salat rein, da machst du den Deckel drauf und dann kannst du so ne coole, coole Kurbel drehen. Und mir macht das total Spaß, das so schnell zu drehen wie möglich. Und dann los, lass mal, dann wackelt das so lustig auf dem Tisch. Aha. Bist du jetzt fertig mit deinem Anfall? Ähm, ja. Ja, ein professioneller Schleuderer hier. Absolut. Ja, noch, noch, im Zusammenhang ist mir auch was über die, über den Weg gelaufen und zwar will der Sender BR, BR steht für Bayern 3, oder? Nee, Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk. Die legendäre Sendung Space Night einstampfen. Hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hab ich gesehen, find ich total geil und ich find es eine Frechheit, dass man so eine Ikone des Fernsehens einfach einstampfen will. Aufgrund dieser Gebührenumstellung bei der GEMA gibt's wohl irgendwie einen anderen Verteilungsschlüssel oder so ganz genau hab ich das ehrlich gesagt nicht verstanden, die Begründung, aber ja, das soll's halt nicht mehr geben. Ja, es ist die GEMA. Sie versuchen jetzt eine neue Abzocke und ich hoffe mal, dass sie endlich von der Bildfläche verschwindet. Irgendwann. Ich hasse die GEMA. Naja, GZ, GEMA, das sind so alles Konstrukte, die noch aus der, war das überhaupt Vorkriegszeit? Die wurden noch eigentlich, ja doch, Vorkriegszeit, aber definitiv zur braunen Zeit. Kriegszeit, ja, mindestens Kriegszeit. Vorkriegszeit, aber schon zur braunen Regierungszeit. Ja, ja, ja. Also so in der Richtung da. Ich würde mal sagen, diesen Fäkal, diesen Fäkalhauch wird es auch noch weiter, solange es besteht. Es ist eine Nazi-Erfindung. Ja, merkt man halt auch. Ja. Aber, ja, kommen wir mal wieder zu positiven Dingen und zwar zur Elektromobilität. Was für ein Wort. Ja, wir sind, wir haben ja, okay, nochmal neu empfangen, heute kann ich echt nur reden. Besser du als ich. War eine lange Woche. Ja, wir haben ja schon öfters über Elektromobilität geredet. Ich sollte vielleicht mal leiser sprechen und nicht immer so schreien. Nicht wahr, Chris? Check. Gut. Wir haben ja auch schon öfters über Elektromobilität geredet. Und zwar gibt es ein neues Projekt in Berlin und zwar von Fraunhofer IBK. Was IBK steht, weiß ich gerade nicht. Das sucht jetzt Chris kurz raus. Bäh. Und zwar haben die mit einer Firma zusammen den Projekt gegründet, das LKWs, Elektro-LKWs baut und dann in der Nacht Geschäfte beliefert. Der Hintergrund ist dadurch, dass durch die leisenden Elektro-LKWs die Anwohner nicht gestört werden und dadurch quasi früher die Läden beliefert werden können. Eigentlich müsstest du den Titel von IPK vorlesen, weil bei deiner Sprachkarius kommen bestimmt lustige Dinge dabei raus. Fraunhofer IBK steht für Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik. Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik. Mit anderen Worten, so wissenschaftlich, ingenieurtechnisch angehocht. Und das IBK hat auch dafür eine Schnellwechselvorrichtung für Batterien entwickelt, für die LKWs. Und die Idee dahinter ist, dass quasi der LKW, der fast leer ist, zum Depot fährt, mit neuen Sachen beladen wird, neuer Akku rein, also alter raus, neuer Akku rein und dass er dann gleich weiterfahren kann. Aber nicht so Waschanlagentechnisch, wie wir das damals mit Massimo hatten? Nein. Okay. Scheinbar noch per Hand. Die machen das noch mit Hand, okay. Ja, genau, mit Hand machen. Dein Link ist übrigens nicht anklickbar und ich verstehe gar nicht warum. Wobei, wahrscheinlich weil HTTP fehlt. Also, wenn ihr euch das im Detail anschauen wollt, dann klickt die News, beziehungsweise die Shownotes. Ich gucke auch mal, vielleicht findet man auf der Fraunhofer IPK-Seite da auch nochmal was zu, weil die werden da mit Sicherheit ja auch noch irgendwie eine Meldung oder vielleicht sogar technische Details rausboxen. Wobei ich mal vermute, Fraunhofer IPK, die werden ja auch so kommerzgeil sein und wer weiß, da vielleicht nicht so viele Informationen liefern. Aber gucken wir mal, weil ich kann mir schon vorstellen, für so einen 7,5 Tonner brauchst du schon einen gewaltigen Akkupack. Oh ja, aber es steht angeblich drin, dass der LKW nicht schwerer ist als sonst. Ja gut, sonst wäre natürlich auch die Effizienz wieder ziemlich gedrosselt. Chris, wie sehen eigentlich unsere Live-Zuhörer-Daten aus? Habe ich sie schon alle vergrault? Nö, konstant zwei anonyme Zuhörer. Cool. Wahrscheinlich sind manche, einer ist wahrscheinlich bewusstlos und der andere ist ins Koma gefallen oder, naja, ist ja eigentlich das Gleiche, aber naja, egal. Einer ist eingeschlafen, der andere ist ins Koma gefallen, so rum. Ah, okay. Gut. Also Sarah, schlaf schön. Ja komm, einmal grüßen muss reichen in einer Folge hier. Nö. Ich darf meine Freundin so oft grüßen in unserem Podcast, wie ich will. Äh, apropos effektiv. Ding, 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 ding. Ja, das sind wir garantiert nicht. Also, Arduino habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich habe hier auch einen zu Hause rumliegen. Ähm, es gibt jetzt eine Arduino-Alternative sozusagen, das ist der Pinocchio. Die Namen werden immer besser, ihr merkt das schon. Das passiert halt, wenn man Entwicklern Namen vergeben lässt, da kommt nichts Gutes bei raus. Ja. Also, Arduino ist eigentlich eine italienische Geschichte. Zumindest wurde das von einer italienischen Organisation entwickelt, wenn man so möchte. Arduino hatte halt den Vorteil, dass es eine recht einfache Art der Programmierung gibt. Ich glaube, das heißt Processing. Das ist also eine Art vereinfachter C-Dialekt. Und, ähm, hat halt, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist ein, äh, Pascal, lustig mit mir. Der Arduino ist eine kleine Entwicklerplatine, die es dir ermöglicht, relativ schnell und einfach Ideen umzusetzen. Genau. Es ist eine Schnelleinsteigerplatine. Genau, und der Pinocchio schlägt sozusagen in die gleiche Kerbe, allerdings macht er dabei oder versucht er dabei einiges besser und kompakter zu machen. Ähm, den Arduino gibt es ja in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Größen, aber dieser Pinocchio ist nochmal um einiges kleiner. Genau, ähm, zusätzlich ist er auch kompatibel zu dem Arduino. Zu den meisten Sachen zumindest. Das heißt, die sogenannten Sketches, ähm, sollen wohl auch eben dort ohne größere Probleme laufen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt schon was, ein bisschen vom Quellcode gesehen, was das fabriziert und auch, wie so die Effizienz und Geschwindigkeit von dem Ding ist. Und ehrlich, mir hat sich der Magen umgedreht. Ja gut, du bist Hardcore-C-Programmierer und bist da anderes gewohnt. Oh ja. Aber speziell jetzt, ursprünglich war ja, glaube ich, der Gedanke beim Arduino, dass eben auch Einsteiger oder eben, ich sag mal, oh, hier will sich ein Nieser anbahnen. Nein, du jetzt nicht. So, ähm, jetzt gibt es hier keine nasalen Orgasmen. Ähm. Da bin ich der Meiste. Das ist hier gerade für Künstler und so interessant, dass da sie Ideen besser umsetzen können, ohne sich jetzt stundenlang mit Objective-C beschäftigen zu müssen zum Beispiel. Und so, dann können wir dann halt recht einfach die Logik da reinbasteln und fertig. Was bei dem Pinocchio interessant ist, äh, ist das ein Akku schon integriert und zwar 550 mAh Lithium-Polymer-Akku. Lipo. Lipo. Genau, kurz Lipo. Fand ich schon mal sehr interessant. Was auch interessant ist, ähm, dass ein, ein, ein Wireless-Mesh sozusagen integriert ist schon Hardware-mäßig. Das heißt, ihr könnt untereinander, also mehrere Pinocchios können untereinander ein, ein vernetztes, äh, Funk-Netz aufbauen. Im Deutschen hört sich das scheiße an. Mesh-Network. Ja, ein Mesh-Network, ein vernetztes Netzwerk. Ja, ein Netzwerk. Es gibt auch einen, ähm, WLAN-Shield, den ihr dann auf den Pinocchio draufsetzen könnt. Das Coole ist, ähm, dass dieses Wireless-Mesh so funktioniert, dass wenn ein Pinocchio ein WLAN-Shield hat und WLAN-Zugang, dann kann zum Beispiel fünf Pinocchios weiter, die keinen direkten Internetzugang haben, über das Mesh-Netzwerk den WLAN-Anschluss von dem anderen Pinocchio benutzen. Richtig. Ähm, das Schöne ist, wie machen die das? Und zwar haben sie, wie auch schon die Arduinos, äh, Atmel-Prozessoren drin. Aber es gibt einen Atmel-Prozessor, der hat ein eingebautes 2,4 Gigahertz-Modul. Und, ja, sie haben einfach den Prozessor drauf. Sie haben einfach den Prozessor drauf. Ähm. Ja, im Endeffekt brauchst du nicht mehr. Dieses ganze Ding ist, ähm, wieder mal ein Crowdfunding-Projekt. Allerdings nicht bei... Wer hätte es gedacht? Allerdings nicht bei, ähm, Kickstarter dieses Mal, sondern bei, 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 ach, wie hieß ich das Ganze denn? Indiegogo. Indiegogo? Indiegogo? Ernsthaft? Okay. Ähm, und bei denen läuft das Crowdfunding ein bisschen anders. Ähm, die wollten 60.000 US-Dollar einsammeln. Und die, ähm, diese 60.000 Dollar kriegen die auch nur ausgezahlt, wenn sie 60.000 Dollar zusammenkriegen. Das heißt, kriegen sie 30.000 zusammen, ist das Projekt gescheitert und sozusagen gestorben auf der Plattform. Das ist bei Kickstarter aber auch. Da scheint es ja etwas anders zu sein, sonst hätten sie es anders formuliert. Aber Kickstarter ist ja auch nicht das Master-Ding. Es gibt ja auch noch andere Crowdfunding- und Crowdsourcing-Plattformen. Ja, aktuell sind sie wohl so irgendwie bei 17.000 US-Dollar. Und die Aktion läuft noch bis zum 14. Februar. Wenn ihr mindestens 49 US-Dollar spendet, bekommt ihr halt eine Platine. Wobei die 49 Dollar exklusive Versandkosten sind, also die kommen noch oben drauf. Wenn ihr 99 Dollar bezahlt, kriegt ihr auch noch das Wi-Fi-Shield dazu. Also ich würde mal sagen, es ist preislich aktuell noch definitiv keine Alternative zum Arduino. Das auf keinen Fall. Und auch leistungstechnisch gesehen absolut overpriced. Ja, ansonsten fand ich es eigentlich ganz interessant, weil wenn du dann irgendwie mal so dir zum Beispiel ein billiges, einfaches Netz hochziehen kannst, um verschiedenen Punkten Temperaturen zu messen, weil ein Temperatursensor ist auch schon drauf, hätte ich es ganz interessant gefunden, weil du musst dich halt nicht um allzu viel kümmern und kannst schnell sowas hinbasteln. Aber zu den Preisen ist das alles noch nicht sprichreich. Ja, es war so. Der Prozessor wird knapp 8 Euro kosten, der Admel, mit dem eingebauten 2,4 GHz Modul. Leider in der Baugröße, die du nicht mehr auf dem Breadboard bekommst, beziehungsweise nur mit einer Adapterplatine. Und dazu noch ein I-Quadrat- oder ein One-Wire-Temperatursensor. Zur Not auch nur einen kälte- oder wärmeabhängigen Widerstand. Und schon hast du einen Funktemperatursensor. Ja, sehe ich jetzt 10, 15 Euro dafür. Ja, da spricht wieder der Embedded Entwickler. Das Ganze möchtest du natürlich auf einer vernünftigen Platine und auch so irgendwie, dann musst du noch in ein Gehäuse, was nicht so ganz wetterempfindlich ist und bla bla bla, wenn es rauskommen soll. So ähnlich habe ich eigentlich nächstes Jahr vor, meine Heizung zu vernetzen. Weil ich habe ja digitale, steuerbare Heizungsventile. In welchem Jahr befindest du dich? 2013. Aha, und warum redest du jetzt vom nächsten Jahr bei deiner Heizungssteuerung? Weil ich, wenn ich dieses Jahr sage, wahrscheinlich damit völlig auf die Fresse fliegen werde. So wie mit jedem Projekt. Ja, deswegen sage ich gleich nächstes Jahr. Ich wollte gerade schon sagen, wir können ja Anfang 2013 von nächstem Jahr reden. Das kann doch nur falsch sein. Nein, nein, das war mit voller Absicht, Chris. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, so ein Mesh-Network wollte ich eigentlich auch mit meinen Heizungsthermostaten, die ich hacken will, weil die haben so eine lustige Schnittstelle an der Seite, auch mit dem Ultimate-Prozessor drin. Und da wollte ich ja eigentlich auch so ein Mesh-Network draus machen und dann quasi die einzelnen Heizungstemperaturen drüber steuern. Ja, davon träume ich ja auch. Nur es darf halt nichts kosten, wie immer. Ihr kennt das. Normal. So, ich bin letztens per Twitter über einen Link gestoßen. Und zwar ist das eine Webseite, die von den CH war Schweiz. Nee, die Schweizer. Ja. Zwar Datenschutzbeauftragter Kanton Zürich. Die Schweizer. Die Schweizer. Genau. Einmal abhusten, bitte. Konkret geht es, ja, es ist ein Dienst vom Datenschutzbeauftragter Kanton Zürich. Da könnt ihr auf der verlinkten Seite euer normal gerne benutztes Passwort oder Passwortsystem eintippen und auf jetzt prüfen klicken und der zeigt euch halt an, nach welchen Kriterien geprüft wird und ob er euer Passwort für sicher oder unsicher hält. Da steht was zum Prüfungsablauf, zum Systemaufbau, ne, Moment, Systembeschreibung. Also alle Informationen, wie das Ganze funktioniert und Informationen über Passwortqualitäten könnt ihr da lesen und wenn ihr glaubt, eure Passwörter sind nicht sicher genug, dann könnt ihr euch da einige Tipps und Anreize holen und ihr könnt eben auch einfach mal prüfen, ob euer Passwort denn so halbwegs sicher ist oder nicht. Ist, denke ich mal, immer wieder interessant, wenn man seinen eigenen Gedankengang mal wieder auf den Prüfstand stellt und guckt, ob das funktioniert oder ob es nochmal überdacht werden sollte. Ja. In dem Zusammenhang haben ich und mein Kollege... Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. ein lustiges Gedankenspiel gehabt. Und zwar, wenn auf einer Webseite steht, dass ein Buchstabe in deinem Passwort ein Großbuchstabe sein muss, erhöht es die Sicherheit oder verringert es die Sicherheit des Passworts? Meinst du, weil damit ja definitiv ein Faktor bekannt ist? Ja. Weil das ist das Interessante. Mathematisch gesehen hast du dadurch weniger Buchstaben zu prüfen, weil du immer davon ausgehen kannst, dass mindestens ein Großbuchstabe drin ist. Das heißt, du hast an der einen Stelle nur noch 26 Möglichkeiten. Weiß ich nicht. Da bin ich jetzt kryptografisch nicht so fit, um dann Aussagen zu finden. Du musst dir vorstellen, du hast 26 Großbuchstaben, 26 Kleinbuchstaben und nehmen wir mal 0 bis 9. Es heißt, 26 plus 26 plus 10 sind über Daumengepeil 62. So. Du hast quasi pro Zeichen deines Passworts 62 Möglichkeiten. Schreibst du jetzt zwingend vor, eines dieser Zeichen muss ein Großbuchstabe sein, sind es keine 62 Zeichen an der einen Stelle mehr, sondern nur 26. Hm, das leuchtet weitestgehend ein, ja. Mathematisch gesehen hast du die Anzahl der Passwörter durch dein Sicherheitsmerkmal verringert. Tja, also hier auch wieder mal ein guter alter Aufruf an unsere Kryptologen, unsere Zuhörer, die wir wahrscheinlich nicht haben. Wisst ihr da mehr? Wie sieht das aus mit der Entropie oder beziehungsweise mit den bekannten Faktoren in einem String? Schreibt was dazu, wenn ihr was wisst, in die Folge 20. Wie gesagt, es ist jetzt kein wirkliches... Gedankenexperiment. Unsicherheit, es ist rein mathematisch gesehen die Anzahl der Möglichkeiten des Passworts. Es wird wahrscheinlich keine wirkliche Auswirkungen haben, wenn du eine gewisse Länge von deinem Passwort hast, aber es ist eine Einschränkung von dem Passwort. Ja gut, ich meine, du kannst ja auch auf der Webseite eine Ebene mehrere Sachen einbauen, dass du zum Beispiel nach drei falschen Logins erstmal eine Sperre für eine halbe Stunde machst oder wenn du dann sagst, wenn sich jemand dreimal, dreimal drei negativ aufgefallen ist, wird sein Account gesperrt oder der muss ja dann bla bla bla. Und dann hast du natürlich auch noch auf Server-Seite das Salting, also das Salzen des Passwort-Hashes. Egal. Absolut. Alles Dinge, die in der Regel nicht gemacht werden. Ja, die meisten großen Seiten machen Salt und so. Naja gut, immer wenn so ein Skandal aufgedeckt wird, schüttelt man ja schon den Kopf, wenn man so mitkriegt, was da teilweise hinter den Kulissen passiert. Ja, du weißt doch, aber unsere Regierung will doch am liebsten alle Passwörter im Klartext in Datenbanken gespeichert haben, dass sie die abschnorkeln können. Ja, dann müssen sie es so machen wie die Engländer und ein Gesetz erlassen, dass du Passwörter rausgeben musst. Ja, das trauen sie sich nicht. Nee, aber die nächste WM muss halt erstmal wieder und so. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, spätestens bei der Bundestagswahl wahrscheinlich. Ja, aber das lenkt die Leute doch nicht ab. Oder doch? Ach, wer weiß. Ja. Also, ich habe da noch was aufgeschrieben und zwar Geek Case die zweite. Wir haben ja bei der Folge 19 ein bisschen was erzählt, was wir so für Ideen, Projektideen hatten auf den Kongressen. Und das Geek Case ist ja, haben wir da ja auch schon erwähnt. Und jetzt zufällig vor kurzem habe ich die Lieferung von meinem Freund bekommen und habe jetzt im Keller diverse MDF-Bretter liegen. Falls ihr in den Shownotes geguckt habt zu Folge 19, da gibt es einen Link zu meinem Blog. Ich habe mir da nämlich auch nochmal alles zusammengeschrieben zum Blog. Dann habe ich nämlich auch eine Dokumentation für mich selber. Ja, wir haben uns jetzt mal endlich vorausschauenderweise mal schlau gemacht, wie man MDF überhaupt verarbeitet. Ja, ihr fasst das vollkommen richtig. Wir haben uns MDF-Bretter besorgt und haben uns dann schlau gemacht, wie man sie verarbeitet. Und dabei festgestellt, boah, ist MDF scheiße. Chris, MDF hast du dir rausgesucht. Ja, du warst jetzt aber auch nicht prinzipiell dagegen. Weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, also ich habe MDF total unterschätzt. Und nachdem ich mich dann nochmal intensiv damit beschäftigt habe, wie man MDF denn so verarbeitet, schwerstgestellt. Oh mein Gott. Das fängt halt damit an. Hättest du doch lieber Sperr als Platten genommen. Ja, genau. MDF waren für mich deswegen reizvoll, weil es auf mich... Steht übrigens nicht für meine dicke Freundin. Nein, sondern von mitteldichte Faserplatte. Meine dicke Freundin. Bist du da jetzt gerade draufgekommen? Spontan oder so? Oh mein Gott. Dieser Freak. Meine dicke Freundin. Und hier ist das Geekcase alias MDF Bitch. Meine dicke Freundin Bitch. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja. Warum MDF interessant für mich war, war hauptsächlich, weil du recht massive Platten hast. Äußerlich scheinbar. Oberflächlich betrachtet und eine extrem glatte Oberfläche. Und das war für mich erstmal so Pluspunkte. Also MDF ist im Endeffekt Klebstoff mit Holzfasern zusammengepresst. Genau, und dadurch, dass es eben Fasern sind und nicht wie bei Sperrholzplatten, wo ihr ja keine Fasern, sondern... Granulat? Nee, kein Granulat, Späne. Relativ grobe Sägespäne habt. Und dann gibt es ja noch OSB-Platten. Das ist ja schon eher Richtung Baum. Habt ihr halt das Problem, wenn ihr da zum Beispiel reinbohrt, dann kann sich das Material nicht mehr wirklich verdichten. Weil das ist schon so dicht, dass da halt keine Räume mehr sind, wo zum Beispiel der... Sag, wenn du bohrst, dann hast du ja auch Späne, sozusagen. Ja. Und die verdrängst du halt mehr oder weniger zu einem gewissen Anteil. Aber die kannst du da halt nicht verdrängen. Deswegen entstehen da unheimliche Spannungen. Und Spannung ist etwas, was eine MDF-Platte überhaupt nicht vertragen kann. Und dann gibt es halt schnell Risse. Oder dass das Material aufquillt. Es ist wie mit Kiffern und Polizei. Die Kiffer sind auch immer so dicht. Und durch die Polizei entstehen Spannungen. Und dadurch, dass sie dann so dicht sind, entstehen mit den Polizeispannungen. Und ich labere absoluten Schrott. Ignoriert mich. Ja, wir müssen mal in der Aftershow darüber reden, was ich für Medikamente nehme, die du gerade nimmst, weil du gut drauf bist. Und ich will auch. Okay. Okay, aber back to topic. Wie ihr hört, es gibt Probleme mit MDF und man sollte dann halt vorbohren. Wenn ich vorgebohrt habe, habe ich da in der Regel mir keinen großen Kopf gemacht. Vorgebohrt, Schraub rein, fertig. Aber selbst da muss man bei MDF aufpassen. Da habe ich schon jetzt so Aussagen gelesen, wie, dass der, ach ich habe den Fachbegriff immer nicht im Kopf. Du musst den Bohrer so groß wie den Kern der Schraube machen. Das heißt, der Kern der Schraube ist alles der Innenteil der Schraube ohne das Gewinde außen dran. Genau, sagen wir mal, ihr habt einen Gesamtschraubendurchmesser mit Gewinde von 4 Millimeter und das Gewinde guckt 2 Millimeter raus. Dann müsst ihr halt eine Vorbohrung von 3,8. Äh, 3,8, ja, ups. 3,8 machen. Ich bin gerade von 5 Millimeter ausgegangen. Ähm, und ja, doofes Maß. Ähm, das ist halt schon ganz schön krass. Ähm, was aber auch sehr gut klappen soll bei MDF ist Leimen. Und deswegen habe ich mir das auf jeden Fall auf die To-Do-Liste geschrieben. Ich werde so eine Art Untergestell für das Geek Case basteln. Da werde ich mir wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeit nehmen müssen und viele, viele krumme Dachlatten aussortieren müssen, um gerade Dachlatten zu finden. Die werden dann verleimt entsprechend, ähm. Also, falls dann Chris irgendwann mal erwähnt, er hatte Latten in der Hand, dann geht er von aus, dass er im Baumarkt war und Latten aussortiert hat. Weil es gibt ja die unterschiedlichsten, es gibt diese groben, mir ist scheißegal, wie sie aussehen und wie sie gebogen sind, Latten. Oder die schönen gehobelten. Ja, die gehobelten kosten halt ein Schweine. Ich hätte das jetzt nicht weiter hinterfragt. Ja, die einen heißen halt Dachlatten, weil die halt ganz gerne beim Bau von Dachstühlen verwendet werden. Und da spielt es halt jetzt nicht so eine riesige Rolle, ob die ein bisschen krumm ist. Die wird dann halt mit purer Kraft und Schrauben gerade da reingedrämelt. Egal. Ähm, die kosten halt... Festgespackst. Genau, mit Spacksschrauben. Ähm, werden die halt da irgendwie reingewirkt und dann hält das schon. Ähm, ja, wie gesagt, Schrauben ist halt bei uns nicht so eine große Option. Ich habe halt doch schon ein bisschen Schiss, dass ich mir die Platten da zersäble. Und ich musste jetzt... Ja, sag mal, 10 Euro, aha. Ja, gut. Eigentlich ist das ein Preis, den du gar nicht öffentlich sagen darfst. Ich habe für die ganzen Platten, zahle ich jetzt sozusagen 10,50 Euro. Aber auch nur, weil ich halt über Vitamin B an die Platten gekommen bin. Ich glaube, normal, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe, kostet das mit Sicherheit mehr. Ja. Ähm, aber da mal hingestellt. Und wenn das Ganze jetzt schief geht, dann werde ich mir halt Sperrholzplatten besorgen. Weil damit habe ich Erfahrung und damit habe ich eigentlich vermutlich keinen Stress. Ich bin mal gespannt, wie das so mit dem Leim klappen wird. Hm, ich auch. Wir haben da jetzt schon eine kleine Liste zusammengestellt. Mit Pollen, wo wir einige Teile bestellen wollten, hat jetzt dummerweise die Gasdruckfeder nicht mehr, womit wir eigentlich die Deckel ausstatten wollen, wo die Monitore rein sollten. Müssen wir mal Ebay abgrasen. Ja, weil ich habe mal so gegoogelt, Gasdruckfedern, äh, 40, 50 Euro aufwärts. Das ist schon richtig böse. Zur Not raiden wir, ähm, Schrottplätze von, die Gasdruckfedern von Kofferraumklappen. Ja, wäre auch noch eine Option. Ansonsten müsste man vielleicht mal gucken, ob man da irgendwie noch andere Techniken verwendet. Ich meine, theoretisch ist es ja nur eine Erleichterung. Es ist kein, kein super zwingende Sache. Und wenn du beide Deckel offen hättest, könntest du sie miteinander verbinden. Dann können sie auch nicht einfach zufallen oder so. Ja, und zu Not machst du es wie eine normale Motorhaube mit einem Metallstab. Genau. Und, ähm, ja, wir sind da wirklich noch ein bisschen am Tüfteln. Wir haben uns jetzt schon, ähm, vandalensichere Schalter rausgesucht aus Edelstahl, weil wir sie einfach geil finden. Ja, die sind cool. Mit LED. Dann haben wir überlegt, uns, ähm, auf beiden Seiten ein Display reinzubauen, um zum Beispiel, ähm, Temperatur des Cases anzuzeigen. Wie geht's grad dem Rechner und so weiter und so fort. Also ein bisschen Spielkram. Hm. Heißt ja schließlich Geek Case. Genau. Und wir wollen eine Beleuchtung drin haben, vorzugsweise RGB. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich, dieses Gefühl, wenn man irgendwo eine LED-Beleuchtung einbaut und denkt mir, hm, wenn ich die in RGB mache, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, als wenn ich nur eine bescheuerte Farbe hätte. Ja, was ist, wenn mir die Farbe in fünf Minuten nicht mehr gefällt? Genau. Und deswegen sagt der Geek ja natürlich, hm, wenn LEDs, dann RGB. Ja. Da sind wir uns aber auch noch nicht so ganz sicher. Es gibt ja fertige, ähm, Stripes. Genau. Da hatten wir bei Pollin welche gefunden. Die sind einen Meter lang, kosten, glaube ich, 15 Euro das Stück oder so. Leider gab es da, glaube ich, kein Datenblatt, ähm, zumindest keine Angabe, was die Leuchtstärke angab. Ähm, zwölf Volt und ich glaube vier oder fünf Adern. Ja gut, aber es ist ja natürlich leider keine Aussage, wie viel Lichtleistung eine einzelne LED hat. Ja, stimmt auch wieder. Was mich halt ein bisschen ärgert, ähm, im einen oder anderen Sinne, ich habe hier halt noch so hundert, ähm, wie hießen die Dinger denn, die Super-Cree-LEDs. Ja. Da habt ihr im Prinzip eine RGB-LED nur mit extrem viel Lichtleiter, äh, mit Lichtleistung und habt vier Beinchen dran. Ähm, nur da müsst ihr euch dann halt wieder mit der Beschaltung mehr auseinandersetzen. Das ist halt nicht mehr so Stripe-mäßig. Die Beschaltung ist die gleiche. Äh, ja. Die kannst du, die kannst du theoretisch, ähm, in Reihe schalten, so wie es bei der Ding, ähm, bei der Pollin-Version ist. Tja, müssten wir uns mal wirklich überlegen, ob wir das selber bauen wollen oder was fix und fertiges nehmen und auch wegen Kosten und überhaupt. Also wir arbeiten dran. Den Controller müssten wir wahrscheinlich eh selber bauen, also können wir die LED-Stripes auch gleich selber bauen. Ja, eigentlich schon. Also ihr merkt schon, es ist ein, eigentlich ist es ja etwas total Simples, aber wir machen da halt wieder einen riesen Aufriss und wir wollen es halt effizient haben. Ja, Overkill. Und spätestens, ähm, Mark II wird halt auf jeden Fall in, in Dings gebaut, in, in, in. In Stahl mit Schweißnähten. Ich wollte eigentlich Sperrholz sagen. Wasserdicht. Genau. Mit eigener Überlebensausrüstung. Mit einer Gold-Platinum-Überzug, damit er auch gut aussieht. Und vor allem mit, ähm, mit Strahltriebwerken, dass sie, wie, dass das Ding wie ein Quadrokopter fliegen kann, bloß mit Strahltriebwerken anstatt Propellern. Wo wir uns auch noch nicht so ganz einig sind, ist, ähm, das Gehäuse hat, glaube ich, ich habe gerade 36 Zentimeter im Kopf. Das ist, glaube ich, die Höhe der Arbeitsfläche, wenn der Tisch aufgebaut wäre. Das heißt, du brauchst halt Füße drunter, damit du eine Arbeitshöhe hast, so 70 Zentimeter oder 72 Zentimeter, ist, glaube ich, so ein vernünftiges Tischmaß. Also ich bin nicht besonders groß, aber so klein bin ich dann auch wieder nicht. Ist ja nicht nur eine Frage der Körpergröße, auch deiner, deiner, deiner Sitzgelegenheit, die du hast. Ja. Ähm, ja, da gehen unsere Vorstellungen ein bisschen auseinander. Pascal hatte da so, ähm, nee, das sind keine hydraulischen Hebedinger oder doch? Das ist ein Wagen, also, ähm, ihr kennt bestimmt diese Einfachwagenheber, wo man so eine, ähm... Kurbel dreht. ...nach einem Scherenprinzip. Das heißt, man kurbelt und dadurch gehen die Teile, die Schere, ähm, zusammen und der Wagenheber wird höher. Und ich habe mir gedacht, dass man da so eine Mechanik reinmacht, mit einer Schürze außenrum, unter den 36 Zentimetern, und man kann dann quasi so Räder rauskurbeln. Und dann das Ding rumrollen und dann kann man es wieder auf die Schürze runterdrehen, auf so, oder Beine, und dann kann man es, ist es fest. Das war meine Idee. Ja, meine Idee war etwas einfacher in der Richtung. Ich dachte mir einfach, man baut so eine Art... Wir stellen das Ding auf Mate-Kästen. Ja, das ist auch eine der Ideen gewesen. Davon gibt es wenigstens genug vor, bei den jeweiligen Veranstaltungen. Ja. Aber, ähm, was ich auch noch dachte, stellt euch eine Konstruktion haarförmig vor, aus, ähm, den guten alten, ähm, ach, sag halt, ähm, Kanthölzern. Ähm, und ein Klappscharnieren, die ihr links und rechts an den jeweiligen, äh, Längsseiten habt. Und dann bräuchtet ihr die halt nur noch runterklappen und dann ist die ganze Sache schon fertig. Ist mechanisch eine recht einfache Geschichte. Kein großer Aufwand, auch finanziell kein großer Aufwand. Und ja, das wäre so meine Überlegung. Aber, 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 aber Overkill. Klar, ist alles toll Overkill, aber weiß ich nicht. Kann mich mit deiner Lösung noch nicht so wirklich super anfreunden, weil... Ja, vielleicht muss ich es dir einfach mal aufmalen. Allein schon wegen den Kosten. Die kosten, Mann. Die kosten. Ja. Okay. Ah. Ja, ich bin kein überverdienender Programmierer. Chris, wir müssen uns auch nur überlegen, was für Rechnen wieder reintun. Oh ja, mit dem Thema hast du dich ja schon intensiv beschäftigt und kannst vielleicht auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, und zwar habe ich mich ein bisschen die letzte Zeit mit Mini-ITX-Boards beschäftigt. Hintergrund ist, ich hatte einen kleinen Mini-ITX-Rechner. Äh, es war irgendein Dual-Core-Atom-Kiste. Äh, kurz zusammengeschustert für ein 29C3, weil ich keinen gescheiten Laptop hatte. Und habe mir dann überlegt, hm, wie weit ist wohl die ganze Mini-ITX-Technologie? Und habe herausgefunden, man kann moderne Ivy-Bridge-Prozessoren, also die neueste Generation von Intel-Prozessoren, auf Mini-ITX-Boards packen. Und da gibt es auch schöne kleine Gehäuse dafür. Da habe ich mir gedacht, hm, da kann man sich doch bestimmt einen Ultraminiatur-Zockrechner zusammenbauen. Was? Zocken? Ja. Auf einem Kongress? Anstatt, anstatt einem Laptop allgemein, weil ich zock auch mit meinen Kumpels ab und zu spiele. Verdreckiges Schwein. Ja. Ich will auch. Zieh hierher, ich sag's dir schon oft genug. Äh. Und, ja, bin ich auf die Idee gekommen, so ein kleiner i5-Quad-Core-Zockrechner mit einer einigermaßen Grafikkarte würde 600 Euro kosten. Das ist im Endeffekt fast state of the art, 8 GB RAM, Terabyte Festplatte, vielleicht noch eine SSD. Oh, ja, SSD. Also, wenig, ja, relativ wenig Geld. Jetzt für Chris ist es viel Geld. Aber wenn man sich so einen aktuellen Laptop anschaut für 600, 700 Euro. Also, äh, nein, danke. Joa, gut. Schließen wir das Thema Geek Case hier mit? Und, und, und. Nein. Für Geek Case habe ich mir gedacht, ich habe ein 1 HE großes Gehäuse, äh, HE-Höheneinheit, ist für so Server Racks, ein Gehäuse gefunden, wo zwei Mini-ITX-Boards reinpassen. Also, extrem freaky, aber leider auch unverschämt teuer. Ja, das Board, äh, das Gehäuse kostet, glaube ich, 150 Euro oder so. 170. Was, 170? Ja, 180 oder so, ja, irgendwas. Naja, 250, oder? Nein, nein, 300, 300 bis 400 Euro hat es zwei HE-große Mini-IT, äh, Dual-Mini-ITX-Gehäuse gekostet, wo auch zwei vollwertige Grafikkarten reinpassen. Weißt du, so stelle ich mir immer die Dialoge vor, wenn man sich Mann und Frau unterhält, so, ja, kauf das mal. Boah, was ist das denn, wie viel hat das denn gekostet? Ja, so 150, vielleicht waren es auch 160 oder 180, oder? Sprichst du da aus Erfahrung, Chris? Äh, nein. Also, ich bin, ich, meine Frau hat sowieso, ich habe mir, äh, gestern habe ich mir eine Bestellung Hosen, weil ich, ähm, ziehe halt oft und gerne und vorzugsweise Cargo-Hosen an. Ja, ich auch. Aber, noch lieber, ähm, mit Militärhauch, also es muss jetzt nicht unbedingt in Tarn sein, sondern... Ripstop. Genau, ein Ripstop. Mit anderen Worten, so alle paar Zentimeter, Millimeter geht ein dickerer Faden durch die Struktur. Und wenn ihr jetzt mal in die dumme Situation kommt, dass halt was reißt, dann ist die Theorie halt, dass es nur bis zum, diesem dickeren Faden reißt und dann die, die Reißwirkung sozusagen gestoppt wird an der Stelle. Hast du die Theorie bestätigt? Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, meine Lieblingshose, die vor kurzem kaputt gegangen ist, war aus dem gleichen Stoff. Die trage ich aber auch schon seit 2008 und oft und regelmäßig. Ja, kann ich auch bestätigen. Die ist leider auch nur aufgrund eines Unfalls, weil ich mich auf die Fresse gelegt habe, im Schritt gerissen. Ähm, ja, zum Glück nur der Stoff im Schritt. Das sagt viel aus. Das sagt sehr viel aus. Ja, ich wette, wenn andere so gefallen wären, hätten sie sich was gebrochen. Ich hatte nur einen ziemlich extrem großen blauen Fleck in der Innenseite des Knies, aber schon wieder fast weg. Cool. Aber ja, wie gesagt, ich musste halt Hosen kaufen und meine Frau sagte dann schon von wegen, oh, hast du sie endlich bestellt? Weil ich hadere jetzt schon so ein oder zwei Wochen mit der Bestellung. Boah, das kenne ich. Weil, ähm... Ich habe immer nur eine bestellt. Ich habe das Problem... Seit Jahren. Ich habe halt das Problem, dass ich, äh, ja, ich bin 1,98. Ich brauche die Hosen eigentlich immer länger. Ähm, und ich bin, ich habe so scheinbar eine ganz blöde Größe halt. Oh ja, du bist lang, aber dünn. Äh, ja, dünn würde ich das jetzt auch nicht wirklich nennen. Also ich bin so ein Mittelding eigentlich. Ja, ja, du bist, du bist außerhalb der Norm. Ja, entweder ist es... Dir ist entweder die Hose zu klein oder zu groß. Ja, und wenn sie... Von der Taille her. Ja, wenn sie... Und wenn es passt, ist sie dir zu kurz. Ja, genau. Das ist echt ein Problem. Hab ich auch. Supermäßig passend gibt es gar nicht. Deswegen war die TDU von 5.11, das ist ein Hersteller, war die für mich perfekt, weil die hat so ein Gummibund im... Also das ist so ein patetiertes System von denen. Die haben so ein Gummi in der Taille integriert und dann passt die quasi immer. Total geil. Aber die war mir eigentlich auch eigentlich streng genommen, weil sie zu kurz, ich hatte Hochwasser da drin. Wenn ich gesessen habe, sah das mal sehr extrem aus. Ja, also ihr kennt das Problem. Und ja, ich habe jetzt einfach mal bestellt. Wenn nicht, geht das Zeug halt wieder zurück. Ich habe jetzt auch, naja, den Fehler. Eigentlich kein Fehler. Ich habe mir jetzt Multicam-Zeug bestellt. Ich habe jetzt eine Multicam-Hose und eine Multicam-Feldjacke. Weil ich ja auch Softair-technisch unterwegs sein möchte. Nein. Doch. Multicam. Oh mein Gott. Ich bin mal gespannt. Ich will da eine Vorführung davon. Ich war vor noch nicht allzu langer Zeit in Paderborn und da sind ja auch die Briten stationiert. Und ich stehe da gerade so mit dem Rücken zur einen Seite und quatsche gerade mit meiner Frau, während ein Soldat mit Multicam an mir vorbeiläuft und ich so diesen Klapper-Au-Effekt habe und sage so zu meiner Frau, du lenkst ihn ab und ich ziehe ihn aus. Soll es in der Erde andersrum sein? Wo sie mich dann wiederum angeguckt hat, so nach dem Motto, das ist doch eine Macke, Mann. Das passiert dir öfters. Ja, aber ich mag das auch, weil ich habe Spaß daran, anders zu sein. Ja, wer hat das nicht? Es gibt viele Leute, die haben da Probleme oder viele Leute, die sich da... Ja. Aber ich finde es gut, anders zu sein. Ist halt so. Ja, man muss es nur akzeptieren. Genau. Ja, deswegen ja. Er hat genau gesagt. Hosen bestellt. Sag mal, wie sind wir jetzt eigentlich vom Hosen kommen, hierhin gekommen? Wir waren schon nur beim Geek Case und bestellen. Ich habe keine Ahnung. Es schleift ja schon. Und du willst schon seit Jahren Hosen bestellen, schaffst es aber nicht. Ach so, noch kurz dazu. Warum bestelle ich die... Auch wegen Größe und Länge. Naja, du hast 14 Tage Rückgabe recht. Eigentlich ist es kein Problem, nur man ist halt faule Schwein. Genau. Und wir besonders. Warum überhaupt? Wir sind... Ja, genau, das war sogar bei dem Paderborn-Besuch. Ach Schatz, lass mal nach Paderborn fahren, ich brauche neue Hosen. Weil mir sind jetzt halt zwei Hosen hintereinander kaputt gegangen. Ist gerade ein bisschen eng sozusagen im Kleiderschrank. Und man geht dann in irgendein komisches Kaufhaus, geht dann in die Männerabteilung, die ja sowieso schon prinzipiell so eine halbe Etage ist. Und zweieinhalb Etagen für Frauen und dann nochmal eine halbe Etage Kinder oder so. Man beachte die Aufteilung. Und dann hat man irgendwie Hemden und Jeans. Und das war's. Aber von den Jeans hatten sie dann irgendwie 200 Modelle. Und ich hab mir so gedacht so, sag mal Leute, 200 Jeans. Davon sind drei Viertel Stonewashed. Warum sollte ich mir eine Jeans kaufen, die auf alt getrimmt ist? Die trage ich vier Jahre und dann sieht sie genauso aus. Das ist ein Trend, also da geht Mode ja vollkommen an mir vorbei, wenn ich ehrlich bin. Und lass mich raten, du bist hingegangen und hast gefragt, wo habt ihr die Cargo-Hosen? Und die Verkäuferin schaut dich so auf die Art an, in welchen Jahrhundert lebst du? Cargo-Hosen gibt's nicht. Ja, also habt ihr auch praktische Hosen? Weil, also nichts gegen Jeans. Jeans sind tolle Sachen, aber ich mag einfach eher Stoff, Cargo-Hosen ist eher so mein Ding. Ja, ist bei mir das Gleiche. Aber du kriegst sie nirgends, das ist der Hammer. Doch, du kriegst sie. Weißt du wo? In Outdoor-Läden. Aber da kannst du dann gleich mal im dreistelligen Bereich mit Preis rechnen. Ja, das steht für mich nicht zur Debatte. Es ist ja wahrscheinlich schon durchgeklungen. Ja, sie gibt es. Du kennst es, wir waren im Globetrotter. Ja, okay, Globetrotter ist aber auch nochmal eine Geschichte für sich. Ja. Globetrotter ist geil, aber es ist halt auch nicht gerade günstig. Was wollte ich noch sagen zum Thema Hosen? Achso, nochmal zu dem Multicam-Kram. Das kostet mich jetzt für Hose und für die Jacke 70 Euro jeweils. Wo ich halt schon in der Situation bin und mir schon so, äh, will aber haben. Wie ist es eigentlich? Ist Multicam rechtlich geschützt? Ja, leider schon. Oh, lass mich dran. Du hast schon überlegt, ob du das Geekcase Multicam anmalst. Ähm, steht für mich. Ist alles reizvoll, aber ich glaube, wenn... Du willst es ja auch so haben, wie, wie die eigentlichen Tarnmuster aussehen. Und da weiß ich ganz genau, dass meine Künste nicht gut genug sind. Schablone. Ja, zum anderen ist es unheimlich zeitintensiv, die Tarnung so herzustellen. Und das sprengt einfach den Rahmen. Genau, Farbe des Geekcases. Da dachte ich halt eher so an was, ähm, Oliv. Naja, so, so erd, erdtonmäßig. Ähm, man kriegt ja im Internet schon die entsprechenden RAL-Farben. RAL ist ein Farbsystem. Wie wär's eigentlich mit dem Ami-Fleck-Tarn, den alten, den ganz, ganz uralten Ami-Fleck-Tarn, das keiner mehr verwendet? Ich will keinen, keinen, keinen Fleck-Tarn. Ich will eine einheitliche Farbe. Ach so. Weil, wie gesagt, die, die Tarnung herzustellen, ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Okay. Und eine einheitliche Farbe ist, glaube ich, ja, besser. Außerdem kann man da noch einen Schriftzug oder so draufpappen. Man könnte es ja so flugzeugmäßig machen. Remove before flight, so Zeug. Ähm, was ich mir für die Innenseite, auf jeden Fall für meinen Teil gedacht hab, ist auf jeden Fall eine helle Farbe. Weiß-Grau ähnlich. Das geht nur bedingt, ist dir klar? Ja. Denn die Arbeitsfläche, also die eigentliche Arbeitsplatte, ist ja ein Stück Außenteil, was auch nach außen guckt. Du klappst es ja nur hoch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, ja, der, der, der. Aber das Brett klappst du doch rein. Das heißt, das siehst du gar nicht, wenn es zu ist. Nee, du klappst es hoch. How? Oh. Ja, guck doch am besten mal kurz in meinen Blog. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Verdammt. Ja, das meinte ich damit. Das ist mir nämlich auch erst klar geworden, als ich mich um die Lackierung gedanklich gekümmert habe. Und dann so, eigentlich funktioniert das so nicht, dass du die Innenseite auch hell machen kannst. Gut, dann muss ich mir solche coolen Unterlagen-Blogs organisieren. Weil, warum ich gerne helle Farbe hätte, ich habe herausgefunden, durch jahrelange wissenschaftliche Studien, A.K.A. Trail and Error. Dass helle Tischoberflächen viel besser zum Basteln sind, weil du Kleinteile viel leichter siehst. Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich jetzt sagen muss, der normale durchschnittliche Kongress ist ja bis jetzt unser Bastelvolumen recht gering gewesen. Ja, aber ich habe gerne lieber einen hellen Tisch. Verständlich. Ich habe auch nichts dagegen, wenn du auf einer Unterlage bastelst, weil das dann nicht die Lackierung verkratzt. Ja. Chris, übrigens, was wir als Thema vergessen haben, das ist mir überhaupt komplett entfallen. Sie haben jetzt vorhin der ISS die Beleuchtung zu ändern, weil mir gerade vorhin auch die Beleuchtung war. Und zwar haben sie momentan Leuchtstoffröhren drin, aber sie wollen jetzt Solid-State-Lichtmodule, aka LEDs, in die ISS packen und damit sogar einen Tag-Nacht-Wechsel simulieren. Und zwar blau für Tag und rot für Nacht, weil blau unterdrückt dieses Melatonin, dieses Schlafhormonzeug und rot fördert die Ausschüttung. Ja, wenn ich mich recht entsinne, wollten sie, glaube ich, 11 Millionen Euro, 11 Millionen Dollar da reinpumpen. Diese Änderung betrifft aber nur den amerikanischen Teil der ISS, denn die ISS steht ja für International Space... Internationale Raumstation, genau. Ja, International Space Station. Und da gibt es halt noch andere Module und da haben die natürlich nichts zu sagen, die NASA. In jedem Astronauten stehen, glaube ich, achteinhalb Stunden zur Verfügung zum Schlafen. Die meisten nutzen aber nur sechs. Die meisten nutzen aber nur sechs und in unregelmäßigen Abständen werden auch Schlafmittel verwendet. Zum einen steht natürlich so ein Astronaut unter Druck. Er hat immer eine ordentliche To-Do-Liste über den Tag. Er hat quasi kaum bis wenig Freizeit. Experimente, Experimente, Experimente. Außerdem die Angst, in der Konserve im Vakuum zu leben. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass... Mit eingeschränktem Sauerstoff. Ja, der Kohlenmonoxydgehalt soll wohl recht hoch sein. Dioxid, Monoxyd? Dioxid. Dioxid, also ist auch nicht so super mäßig, die Luft da oben. Und das ist natürlich auch nicht schlaffördernd. Und ja, von dieser ganzen Lichtthematik erhofft man sich doch jetzt, die Situation für die Astronauten zu verbessern. Wobei ich denke mal, also wenn ich in der Situation wäre, wäre mir Licht weniger wichtig und der Sauerstoff wäre mir wichtiger. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine schöne Spielerei. Und wenn man bedenkt, denkt mal ans Miniatur-Wunderland. Ja, wobei mir der Tag-Nacht-Wechsel teilweise eher auf den Sack geht, als dass ich ihn toll finde, muss ich zugeben. Ja, aber nur, weil es stört, wenn man Bilder macht. Nicht nur, wenn man Bilder macht. Ich bin ja jetzt schon die letzten Male ohne Kamera hingegangen, weil ich mich wirklich nur noch auf Mivola konzentrieren wollte und nicht über zu viel Zeug ärgern. Aber irgendwie immer, wenn du was Interessantes gefunden hast, genau dann fängt die Nacht an. Ja, aber der Effekt ist cool, wenn du nicht gerade in den Bereichen bist, wo sie das noch mit Leuchtstoffröhren machen. Wir machen das überall mit Leuchtstoffröhren. War das wie immer mit Leuchtstoffröhren? Ja, und das stört mich auch, weil der Übergang nicht fließend genug ist für meinen Geschmack. Ja, sie flackern auch also. Ja, deswegen bin ich halt, wie gesagt, ja, das ist so. Das ist auch wieder interessant. Es gibt Leute, die Magen mögen, Magen, ja, mögen, mögen das kalte Licht der Leuchtstoffröhre. Und es gibt Leute, die mögen es nicht. Ich bin Mensch, ich habe nichts gegen warmweiße Lampen, auch nichts gegen kaltweiße Lampen, solange sie nicht sichtbar für mich flackern. Und ich bin da sehr empfindlich, was dieses Flackern angeht. Wie sieht es eigentlich aus mit meiner Beleuchtung? Stört die dich? Weil ich habe im Prinzip auch nur eine Leuchtstoffröhre hinter meinen Monitoren stehen. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Müsste ich mich mal drauf konzentrieren. Aber ich habe eben auch eine Terracotta-orangefarbene Tapete und dadurch wirkt es halt ziemlich warmweiß. Also es ist jetzt nicht so dieses typische grell scheinende Weiß. Du hast ein indirektes Licht. Ja, was aber auch suboptimal ist bei mir. Ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Licht. Ja. So, mein Gott, haben Sie schon wieder ein paar Punkte? Geekcase, Hosen für Geeks, Beleuchtung der ISS. Doch alles recht interessant. Da sind noch ein paar Themen hier zusammengekommen. Hatten wir eigentlich Android schon so richtig thematisiert? Heute glaube ich nicht, nein. Also ich habe meiner Frau jetzt einen tollen Vertrag besorgt. Welche Anbieter? Ist zwar nur O2. Ich muss jetzt aber dazu sagen, dass meine Frau keine riesigen Ansprüche hat, was Internet angeht. Warum hast du denn keinen Prepaid-Telekom-Vertrag mit Internet geholt? Okay, dann hör mir jetzt mal zu. Sie zahlt dank ADAC-Mitgliedschaft 29 Euro im Monat. Mhm. Hat eine Flatrate ins Festnetz, eine Flatrate ins Mobilnetz, eine SMS-Flatrate. Mhm. Und 500 MB Internet-Flatrate. Mhm. Und kriegt ein S3 obendrauf. Cool. Und zeig mir mal bitte einen Telekom-Prepaid mit dem, der das kann. Äh, es gibt bestimmt gleichwertige Telekom-Verträge. Wobei ich mir gerade unsicher bin. Ich bin halt auf dem Laufenden. Ja, aber niemals. Hast du verglichen? Niemals mit so einem Handy. Oh, doch. Äh, ja, nicht so. Nein, ich habe ehrlich gesagt nicht verglichen, weil ich das für unschlagbar halte. Okay. Ich habe mich da ein Stück weit auf mein Bauchgefühl eingelassen. Jetzt ist es allerdings so, meine Frau ist eigentlich, ähm, so ein Oldschool-Handy-Benutzer. Ich habe ihr dann, naja, eigentlich hat sie mir mein, mein uralt iPhone abgeschwatzt, um dann zu Whatsappen damit. Eigentlich habe ich hier, ich es ihr gegeben, damit ich mit ihr Whatsappen kann. Ähm, und jetzt ist sie halt auf den Geschmack gekommen, sozusagen. Ähm, allerdings ist das halt, reagiert es so langsam und zäh. Ihr erinnert euch, äh, ich habe da ja auch schon mal abgerantet drüber. Ich glaube sogar in der letzten Folge. Und, ähm, ja, dieses S3 ist jetzt eigentlich overpowered für sie. Deswegen habe ich jetzt mit ihr schon so halb abgemacht, dass sie dann mein, ähm, ach, was habe ich denn eigentlich nochmal? Ein HTC Sensation. HTC. Äh, kriegt und ich dann mit dem S3 durch die Gegend renne, weil ich missbrauche so ein Handy oder brauche die Leistung dann ja schon mal eher. Ja. Und nur für Whatsapp wäre es einfach Verschwendung. Also, Chris hat das natürlich nicht ohnehin der Gedanke gemacht, was er schon merkt. Genau, ähm, ja. Würde da kein S3 rausspringen, hätte er es nicht gemacht. Naja, es befriedigt ihren Bedarf und indirekt halt auch meinen Bedarf. Also, alles gut, würde ich mal sagen. Wobei das halt so typische Sachen sind, ähm, den Vertrag schließt du ab und nach zwei Wochen schickst du halt die Kündigung, äh, weil, ja, es geht halt wirklich nur ums Gerät und der Vertrag ist für den Moment auch ganz gut. Es ist ja nun mal leider so in Deutschland, dass du als Vertragsverlängerer in der Regel immer schlechter dastehst als jemand, der sich einen neuen Vertrag holt. Das auf jeden Fall. Nur, ja. Wobei ich sagen muss, bei der Telekom ist das eigentlich richtig schön. Nach zwei Jahren kriegst du meistens das aktuellste Handy ohne überhaupt irgendwas zu tun. Vielleicht ein paar Euro drauf, äh, zahlen vielleicht 15 Euro für ein 600 Euro Handy. Wobei du sagen musst, du wechselst ja eigentlich unregelmäßig, auch nur so in vier bis sechs Jahren Rhythmen. Nicht alle zwei Jahre. Zumindest hast du das in der Vergangenheit relativ flapsig gehalten. Ich habe jetzt eigentlich alle zwei Jahre das Handy gewechselt. Okay. Naja, gut. Also, von iPhone 3G auf Desire, also HTC Desire, dann habe ich mir das 4G geholt, das ich dann dir abgetreten habe. Und dann habe ich mir jetzt das S3 geholt. Äh, ja. Wobei du das Desire doch eigentlich dir gekauft hattest, zeitgleich, als du das 4G gekriegt hast. Ach ja, stimmt. Also hast du ein Jahr, glaube ich, übersprungen. Kann sein, ja. Wusste ich doch, irgendwas war da. Nee, nee, nee. So schlecht kann meine Erinnerung doch gar nicht sein. Äh, übrigens, äh, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es ist mir gerade so eingefallen, obwohl es jetzt gerade aus dem Zusammenhang gerissen hat. Wir hatten vorhin den, äh, Pinocchio. Als ich da den Preis von 50, äh, äh, Dollar, glaube ich, gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm, für ein bisschen weniger Geld kriegst du doch schon Raspberry Pi. Ja, also einen vollwertigen Rechner. Ja, einen Linux-Rechner, einen kleinen. Natürlich ist der jetzt wieder ein Stück größer, wobei mir da jetzt so ein bisschen die Vergleiche fehlen. Ich kann es mir räumlich gerade nicht so vorstellen, aber es dürfte vielleicht... Ja, so groß wie der Geldkarte ist es im Endeffekt der Raspberry Pi ein bisschen größer. Ja, ich denke mal, der Pinocchio ist die Hälfte, aber würde jetzt von der Kosten-Nutzen-Faktor immer noch abstinken. Ja, eindeutig. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt mal wieder alle Themen ganz gut behalten. Vielleicht noch so zur Information, äh, Information zur Hard Reset über Twitter kriegt ihr bei mir über, 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 stotter, 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 unterstrich iwinchris, also unterstrich i-r-o-n-c-h-r-i-s oder bei Pascal unter at lakuteran l-u-c-k-y-t-e-r-a-n Wenn ihr Fragen an uns habt, die wir gerne beantworten würden, wenn wir denn welche kriegen würden oder Themenvorschläge haben oder sagt, darüber müsst ihr unbedingt mal was erzählen, dann könnt ihr das auch gerne per E-Mail schicken und zwar an info at hard mit d minus reset .de Das reimt sich nicht nur, sondern diese E-Mail-Adresse will auch gespielt werden, also schickt uns E-Mails. Wenn ihr Anmerkungen habt oder sagen, boah, habt ihr gerade Quatsch zu dem Thema XY gesagt, dann könnt ihr das auch zu, in den Kommentaren zur Folge 20 machen auf hard minus reset .de Gib uns Input. Ich erwarte von euch, dass ihr uns bei iTunes rezensiert, also schreibt mal eure Meinung, wie findet ihr uns? Gut, schlecht, perfekt, macht weiter so. Ist ja die absolute Newser. Oder auch das, vergebt Sternchen und wie gesagt, pusht und pullt uns ein bisschen. Wir brauchen ein Logo, ganz wichtig. Findet ihr auch Infos, uns unterstützen auf der Webseite, dort findet ihr auch Möglichkeiten, uns zu flattern oder anderweitig Aufmerksamkeiten zukommen zu lassen, um uns die Arbeit hier zu erleichtern oder um uns einfach stumpf und stupide zu motivieren. Ja, gelb. Ich möchte ja an der Stelle auch nochmal verkünden, dass wir, wow, jemand haben, der hier so richtig abgegangen ist auf unserer Seite und so ziemlich tausendmal Livestream angeklickt hat. Wow, das war vielleicht nicht. Wir haben einen neuen Besucherrekord. Der Monat ist zwar noch nicht vorbei, aber wir haben fast 100 Besucher mehr als im vergangenen Monat. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde das natürlich nicht klappen. Und ich glaube, wir haben die 30-Gigabyte-Grenze geknackt vom Monat schon, oder? Wir haben diesen Monat die 30-Gigabyte-Grenze geknackt am Traffic auf unserem Server. Dafür wird auch nicht unerheblich der Podcast verantwortlich gewesen sein. Und wir haben in Flatter 4,19 Euro insgesamt zusammen. Cool. Das heißt, in 20 Jahren könnten wir mal einen Kongress davon bezahlen. Für einen von uns. Für einen von uns. Also, ja, support uns, denn das verlängert oder ermöglicht es uns, weiterhin den Podcast zu machen. Denn, ja, das ist halt auch mit Kosten, Aufwand und so. Außerdem müssen wir gelegentlich mal unsere Frau-Freundin zum Essen ausführen, um sie wilde zu stimmen. Zeitaufwand. Um sie milde zu stimmen, weil sie uns ja eben auch hier ermutigt, Podcasts zu machen. Und ja, wie gesagt, wir haben euch bestimmt schon mal die ein oder andere Information, die für euch wertvoll war oder ein Schmunzler aufs Gesicht geschrieben, gezeichnet. Also, supportet uns mal bitte ein bisschen. Denn wir können es gebrauchen. Ja, wir sind arme Schlucke. Genau. So, und jetzt genug gebettelt und rumgeheult und gemacht und getan. Ich würde sagen, wir machen Schluss an der Stelle, oder? Ja, können wir machen. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Christopher Kahle und ich hoffe euch auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hard Reset, zu sehen, zu hören, zu bespielen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal.